Nein, Matthew, Matthew, Matthew Geil! Auf der Kamera sieht man gar nicht die Hörsform so verknößt, wie der sie ist. Ja! Benz! Noch! High quality! Wir kamen nicht auf den Gedanke, ob das nicht mehr eines Tages vielleicht... Nicht mich verimpft! Jetzt habe ich es geschafft! Da standen mal vier! Boah, Alter, was ne Scheiße! Wenn bald alle Nummern wechseln, dann müssen wir uns schon so ein Foto... Es ist Staudusche wird wach! Hallo! Wer sich fragt, was wir tun? Wir fahren nach Belgien! Boah! Was? Schon bewegt heute? Boah! Du kriegst kein Dämmchen mehr! Ich hab nur das Ecken im Kofferraum! Oh! Ja, wir fahren nach Belgien, was wir da treiben... Habt ihr wahrscheinlich schon auf dem Kanal gesehen! Wir angeln! Mit... Nein, danke! Würmer... Nein! Machen! Und... Aber wir nennen uns eventuell dann von... Da nochmal! Dank! Wir präsentieren das neue Dienstfahrzeug... Kein Stau mehr! Was ihr nicht seht ist, wir sind gerade grandios gescheitert... Die Bagger sind schon da... Wir wollten da jetzt grad... Da ein Video drin... Mamo... Ich krieg das nicht auf! Das ist ja nicht so... Also, falls mir jemand mal was für einen Geburtstag schenken will... Das! Das da! Es geht auch klein, also das! Oh je! Oh, ich hab laufen voll ehrlich! Ja, viel Spaß! Als ich das gehört habe in meinem Leben! Ja! Papa, wenn ich das wusste! Wie viele Väter in diesem Laden hier schon betrogen wurden? Ja! Geld! Er hat verdientes Geld! Okay! Ey Hockey-Kicker und Bill jetzt holen wir uns auch noch! Den Box-Sack hau ich wahrscheinlich so wie er ist aus dem Fenster! Stille Darts! 10 Euro! Ja, ist... Wo wir alles online bestellt haben! Wo sie kein einziger hat! Die hatten wir auch nicht mehr! Die hatten ja nur diese 12 hier! Die, die wir haben! Ja! SI. 3 stuken 2kg 2세�re 500er 3gereien 3 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mama! Interview Backstage! Wie cool ist das denn? Gott sei Dank, das musste man sich alles selber festhalten. Was aber cool ist! Und wie sag ich jetzt nicht, dass ich mich kurz schon mal gelöst? Mama, kann ich die Bettkülle haben? Das versteht man gar nicht. Du wolltest das zurückstellen. Jetzt! Ja, mal ein Action-Kern. Das sieht man gar nicht, die Folie. Seht ihr da, das schwarze Auto. Da und den blauen. Gut, dass vor mir frei ist. Da komme ich nämlich jetzt nicht raus. Die haben es geschafft, wieder gegeneinander zu fahren. Ich weiß nicht, warum Leute, die kein Auto fahren können, immer SUVs fahren müssen. Jungs darf man so hinten nicht raus, aber ich muss jetzt arrangieren wie so ein Idiot deswegen. So Freunde der Sonne, wir haben Dienstag, wir sind bei Cars, denn ich habe am Samstag, also ich habe am Sonntag Geburtstag, Samstag fallen wir rein. Wollte also Käse auch noch holen, weil es gibt ja auch Miatbrötchen und was anderes. Der Laden macht Dienstags auf, Freitags und Samstags. Das war lange nicht auf. Hier stand gerade eine Brigade, eine Menschenmasse von Rentnern. Und jetzt gerade sind die Türen aufgegangen, Punkt 12. Und die sind reingestürmt, wie die Gestörtern, als ob es das nächste Mal gibt. Die überfährt fast das Fahrrad. Alter, guckt euch nicht. Ihr ist auch nicht hier? Assi? Ich weiß auch nicht. Ihr ist voll, aber wir haben hier noch so ein bisschen Assi ins Neben gestellt und stürzen es jetzt auch ins Gefühl. So, wir haben es überlebt. Leider nicht so eine Ausbeute geworden, wie wir erhofft haben. Das ist halt immer so ein Restposten-Ding, so ein Glücksspiel. Und jetzt war es nicht so geil. Wir haben jetzt bei Faeser, Faeser, das beste Met der Welt. Und das ist übrigens Akropolis Nummer 1, wo es das beste Guras der Welt gibt. Ha! Im Zufall, dass wir so nah beieinander sind. Ja, auch Spitten haben, Faeser. Pass auf, jetzt fühlt die. Kommt die raus. Das wäre cool für die Auflagen. Ja, aber was bist du? Yippie-Kai-Yoo! Schweine-Bag-Gay! Ihr Schweine-Bag-Gay! Nachdem wir Altglatz weggebracht hatten bei Realwaren, sind wir nun bei Lidl. Haben überall... Sponsored bei Lidl. Ja, ja, haben überall Funfett gewonnen. Schön wär's. Und vielleicht geht's auch noch nach Aldi. Und wir müssen... Ich fahr heute nicht mehr nach Rit. Nee? Ich weiß nicht. Komm, den gibt's sogar jetzt in groß. Nee, gleich groß. Wie viel? 5,99, ja. Da wird es noch ein Testvideo zugeben. Aber ich bin der festen Überzeugung, der schmeckt... Ich bin der festen Überzeugung, der schmeckt genauso wie der teure, der hier im Angebot ist für 9,99. Und bei Real war der im Angebot für 8,88. Lidl-Marke Oriental. Und Peperoni. Wow! Das muss ich testen. Und, ähm... Ja, wir kaufen weiter ein für... Börsdé. Bäh! Drehschütz? Oder vier? Vier. Und Fliops? Fliops hab ich schon zwei. Salzis! Ja, wir machen mal weiter. Es ist nicht spektakulär. Ich bin totes tot. Und es wird auch nichts witziges passieren. Aber nicht gut aussortiert. Die ist überreif. Wird doch noch witzig. So Limette. Ja, Freunde des Sonny. Äh, wir haben ein Altweiber. Und das ist seit vielen, vielen Jahren das erste Mal Altweiber, dass ich nicht am Start bin. Ich war jetzt Uschi von der Arbeit ab, die hat jetzt gleich Feierabend. Die sind verkleidet auf der Arbeit. Ich war heute Morgen, äh, stundenlang bei einer Trillarden Ärzte. Ich hab mir gestern sowas von den Rücken geschrottet auf der Arbeit. Hab auch eine Spritze jetzt bekommen. Äh, geht's auch echt nicht gut. Also ich konnte mich auch gestern Abend und vor allem heute gar nicht mehr bewegen. Also null. Und ja, mal gucken wie das weitergeht. Und ja, das ist mein Altweiber 2017. Geil. 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 Dadass, badass. Kann ich sowas für morgen? Ja, kommst du. Oder mit Party? Ja, kommst du. Femmendet Brötchen. Femmendet Brötchen. Finde doch was cool ist, oder? Das ist mir egal. Das muss ich einfach haben. Dann kaufen wir doch die Figur von dir da vorne. Hast du einen gekauft? Oh nein. Oh nein. Ich habe schon meinen Neid zum Ausdruck gebracht. Wenn du noch mal drückst. Innen? Anderes innen. Warte, ich muss noch was. Jetzt blinkt er. Weißt du dir das aus, wenn der so krass ist? Oh, komm mal. Ich wollte es dir gestern noch zeigen. Ich habe es noch gesehen und ich wollte dir eigentlich sagen, wie witzig die ist. Sehr gut. Mein Geschmack ist voll und ganz getroffen. Ich wollte es ihm auf jeden Fall zeigen. Also, wir reviewen heute Popcorn-Süß-Zutaten. Meist 69%. Ich weiß nicht, was der Rest soll. Hast du jetzt verpasst das für die Firma? Zucker! Bussi! Aber wir verpassen Jonas Strip! Oh! Foaldance! Auch schön mit der Musik. Ja. Das fährt ihr beide dann. So, Kuppel 3. Warte, dazu sage ich... Nee. Dazu sage ich nicht. Das hier. Fuck it! Das hier sage ich dazu. Party hard, yo! Ihr habt Faschisten, oder? Ja, hast du. Du hast Faschisten, ja. Entschuldigung. Ja. Oh, zwei, zwei, zwei. Die ist da unten. Kurz vor halb. Kurz vor halb. Ja, ich sehe das. Ich treffe mich halt nicht. Ja, ich sehe das. Danke dir mal gegen bis zum nächsten Mal. Die Geralung war überzeugt unscere pertama. szym�� Earnet.